Subventionsmillionen für Schweizer Medienverlage. Abstimmung zum Mediengesetz vom 13. Februar 2022. Am 13. Februar 2022 kann das Schweizer Stimmvolk unter anderem über ein neues Mediengesetz dem Massnahmenpaket zugunsten der Medien abstimmen. Mit einer Annahme des Gesetzes würden zu den bereits bestehenden 53 Millionen Franken Mediensubventionen jährlich weitere 125 Millionen Franken für die nächsten sieben Jahre hinzukommen. Insgesamt würden die Medien künftig sogar über 400 Millionen Franken pro Jahr erhalten. Bruno Hug, Präsident des Verbandes Schweizer Online Medien, legt dar, wie sich diese zusammensetzen. Die Verlage kassieren für ihre Radio- und TV-Angebote bereits heute jährlich 81 Millionen Franken aus der Kasse der Radio- und TV-Empfangsgebühren. Künftig wird dieser Betrag auf 109 Millionen erhöht. Weitere rund 130 Millionen schenkt der Bund den Verlagshäusern durch den reduzierten Mehrwertsteuersatz. Zudem werden aktuell 53 Millionen Franken an Mediensubventionen ausgeschüttet, die auch nach einem Nein zum Mediensubventionsgesetz an die Medien fließen. Und jetzt sollen den Verlagen nochmals 125 Millionen zufließen. Mit dem neuen Gesetz würden die privaten Medienhäuser die Schweizer Steuerzahler somit Jahr für Jahr über 400 Millionen Franken kosten. In den nächsten sieben Jahren sind das rund drei Milliarden. Zudem unterstützen die Schweizer die mediale Landesversorgung, auch noch via Radio- und TV-Gebühren an die SRG, mit jährlich fast 1,4 Milliarden Franken. Das Hauptargument der Befürworter des neuen Gesetzes ist, dass die Subventionen vor allem den kleinen und mittleren Verlagen zukommen sollen. Doch laut dem Abstimmungskomitee Mediengesetz Nein erhielten diese lediglich etwas über 20 Prozent. Den Rest würden die Grossverlage absahnen, denn neu sind Millionen Ausgaben für die Vergünstigungen der Früh- und Sonntagszustellung vorgesehen, doch die allermeisten kleinen und mittleren Verlage haben weder das eine noch das andere. Diese Subventionen würden praktisch vollständig an vier grosse Medienkonzerne gehen. Die bestehenden Subventionen zur Verbilligung der Transporttaxen sollen erhöht werden. Gleichzeitig wird jedoch die bestehende Obergrenze an Exemplaren aufgehoben. Dadurch würden neu auch die auflagenstarken Zeitungen unterstützt, beispielsweise NZZ-Blick oder Tagesanzeiger. Das Schweizer Zeit-Magazin schreibt dazu, dass zum ersten Mal in der Schweizer Subventionsgeschichte mit dieser Medienförderung hohe Subventionen an profitorientierte Unternehmen fliessen würden, und zwar an jene Grossverlage, die im Jahr 2020 einen Gewinn von 258 Millionen Franken eingefahren haben. Das Massnahmenpaket zugunsten der Medien als Vorlage für die kleinen und mittleren Verlage zu bezeichnen, muss wohl eher als Augenwischerei, wenn nicht sogar als Irreführung des Stimmvolkes bezeichnet werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017